Hallo, wir machen jetzt seit dem neuesten FFAs an Mods und Flobert hat mich dazu gezwungen, der steht gerade hinter mir mit Marmeladenglas. Und dann auf Flobert, 9mm. Habt ihr schon mal Flobert eingegeben? Das nächste, was kommt, ist 9mm. Bei der YouTube-Suchung. Es ist nicht gelogen. Gebt Flobert ein, Lernzeichen, es wird 9mm kommen. Ich wollte gerade fragen, das klingt nach etwas, was wirklich so ist. Es ist ein bisschen traurig, aber es entspricht der Wahrheit. Hallo? Hey! Ja, du sagst absolut recht. Und der Ruf ist aber... Das ist Goldbart. Da mach ich kein Auge. Goldbart! Naja, aber der Bart ist ja jetzt auch nicht wirklich golden. Bin ich eigentlich Delfinator oder bin ich der andere? Du bist Delfinator! Let's go! Ich weiß es nicht, ob du ein Herz hast. Hab ich ein Herz? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar nein. Ich seh es nicht. Ich seh es jetzt auch. Doch, da war ein Herz! Ich glaube aber, da war was, ja. Ich bin Delfinator! Gekommen, um zu retten! Ich Terra auch! Ich Terra auch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wird noch 100 Jahre dauern! Abonniert schnell den Kanal! Ja! Ihr habt noch genug Zeit. Jetzt habt ihr noch genug Zeit, denn das Terra kristallisiert auch noch. Ist Terra Gestein gegen Delfinator? Gestein? Das finde ich gar nicht so gut. Wer ist denn Delfinator? Oh mein Gott! Watch, watch my Terra! Watch my Terra! Watch my Terra! Das hört nicht mehr auf! Oh Mann! Wie denn das Rechel-Effektions-Simulator? Ist das Mobbing? Terra Dragon, Alter! Jetzt damit ich auch mal gefährlich aussehe! Du bist irgendwie den ganzen Tag schon nicht mit dabei, Daugy! Alle machen irgendwie... Was soll denn das jetzt? Ja, das ist wirklich Ende einfach schade! Oh, da kassiert ja auch noch ein Steinhagel! Alter Falter, sag ich da nur! Unangenehm! Überschreifen, Alter! Das kann ja nicht! Digga, guck dir meine Prep an! Du magst, wie Dennis die ganze Zeit lacht, aber dem geht's halt auch nicht besser! Ich lach gerade aus Verzweiflung, um ehrlich zu sein! Daugy hat wenigstens seine Terra noch! Ja! Ich will das überspielen! Oha! Was für... Ja, und noch High Spade! Let's go! Warte, keine Sorge! Das ist stark! Ey, wir zerficken die beiden so! Nein, 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 nein! Jetzt watch this play! Warte, hast du auch Delfinator? Jaaa! Oder ist das ein Normifin? Nein! Das ist mein Delfinator! Ah, okay! Genau! Joa! Was jetzt richtig motiviert ist! Ne? Let's go! Boah! Boah! Ey, du Schweinepriester! Das sah aber richtig süß aus! Ich bin schneller! Wir sind im Speedtile! Ich hab Angst, dass der reicht! Wir waren im Speedtile! Wir waren im Speedtile! Tatsächlich? Hä? Ne, waren wir nicht! Wir sind alle im Speedtile! Oh, lol! Ihr seid ja alle gefühlt bei 100 Speed! Und dann komm ich mit 96! Ich bin 95 oder so! Oh, Alter! Ich mach das wie Delfinator! Das ist ein Hammer! Au! Das reicht einfach nicht! Das ist so traurig! Das ist einfach nur der kleine Delfin! Es ist ja nicht mal der große Delfin! Das ist nur der kleine! Kann ne Delfinatum! Der Taurus! Damit hätte ich das nicht gerechnet! Noch ein Taurus, Alter! Oh nein, Bedroher! Oh, Gleichmut! Gleichmut! Hab ich prediktet vorher! Das heißt jetzt Gleichmut! So stark, Alter! So stark! Das auch neu! Hast du aufgeschrieben? Hä? Weiß ich doch schon lange! Das weiß man doch schon seit Hefel vorgestellt wurde! Nach dem Scheißdreck weiß man das! Doch! Tatsächlich wusste ich das auch, Dorni! Und das hat was zu heißen! Mhm! Mir fällt gerade auf, ich hab was mega unnötig und dummes gerade gemacht! Ich hoffe, es passiert einfach nicht! Ja, okay! Du gehst einfach raus! Du wechselst in FFS! Was? Ja, natürlich bist du für Wassertüse! Das war doch klar! Hä? Seit wann machen wir das denn?! Der Urologe! Oh! Oh! Oh, Alter! Stopp! Oh! Das macht nichts! Ach du Scheiße! Ja, der ist Gift zum Glück! Fähigkeitstausch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab Gleichmut! Der Betroher kann mich mal! Ja, das ist mir dann auch aufgefallen! Aber Blocki, Blocki, das ist gut! Das ist so gut! Okay! 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 Vertrau mir! Hast du Fluchttasche? Ja! Oh mein Gott! 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 Geil! Über ist dem FFA! Ah ja! Puff! Ja gut! Ähm! Aber ich dachte mir auch, das hat ein bisschen zu gut gepasst! Oh nein! Jetzt hast du Aufweg! Nee! Wir müssen beide Bedroher wieder kommen! Ja, Alter! Also, irgendwie ist grad mein Delfinato der Light-Tragende vor den ganzen Bedroher-Stand! Mein Name ist Delfin! Ich streue dich ein bisschen! Fass! Das ist ja übel geil! Okay! Danke, Mann! Das... Das war... Das war... Du hast drei Runden auf Minus! Komm her! Düs mich! Das macht sogar verstanden! Hört sich einfach mit Überresten wieder gegen! Ja, das stimmt! Wie du mich auch angreifen wolltest, du Sauhund! Bitterkuss! Ja, Entschuldigung! Ja, es ist... Oh! Okay! Äh... Ich brauch eine andere Fähigkeit! Ich glaub, ich kann die von Normifin nicht kopieren! Nee, die kann man... Vorher kann ich uns den Bedroher nicht wiederholen! Nee! Aber, um jetzt ein bisschen Tempo hier reinzubringen, werde ich eine FFA-Regel brechen! Und zwar... Ey! Das kann nicht wahr sein! Ich merke... Es gibt keine FFA-Regel mehr! Nein! Ohne Witz! Als ich das erstmal durch FFAs gemacht habe, wurde ich für jede Kleinigkeit richtig zur Sau gemacht! Das war die alte Ära! Ach so! Okay! Das war noch die Present-Ära, als er uns alle gesagt hat, so und so läuft das hier! Ey, ich hätte dich fast geheilt, Daudi, ne? Wenn Random nicht entschieden hätte, dass ich auf den anderen... Ja, schade eigentlich! Ey! Ich... Ich dachte mir jetzt noch mal Bedrohung! Ey, das geht's doch nicht! Das ist schon geil! Das ist schon geil! Boah! Bedrohung! Was passiert denn hier? Das macht mein Kind, Alter! Junge, was? Oh Mann! Ich kann nur noch lachen! Ich kann nur noch lachen! Ey! Du bist krank, Alter! Ich weiß gar nicht! Ich hab viel zu viel Spaß gerade! Und ich hab Klett-On! Und er spielt Klett-On! Ja! Oh mein Gott! Watch this play! Watch this play! Oh! Oh! Nein, doch! Das ist in Ordnung! Was kriegen wir? Und Kenntnis und Bedroher ist komplett zunichte! Ah ne, Gift-Dorn! Gift-Dorn! Na gut! Das ist ein bisschen deprimierend! Äh... Okay, Schlag-Dor! Ich hab das Gefühl, das tut nicht weh! Das geht voll klar, ne? Fähigkeiten! Nein! Nein, du hast Bedroher gelöscht! Ah ne, doch nicht! Nee, nee! Aber ich kann nicht mehr Abhausen auf mich selbst einsetzen! Ja, ihr habt... Du hast auf einmal die Fähigkeit getauscht! Wir hätten jetzt noch ein paar Runden Bedroher triggern lassen können! Ja, muss ich ja! Damit ich jetzt Doppelbedroher wieder machen hätte können! Schlammwurgel! Oder Schlammwurgel? Einfach Schlamm?! Ne, du musst eine stackeln! Bah! Was war? Kickst du Päusen oder so? Ne? Der Scha-Nig! Ich glaube, an dem Punkt machen wir uns allen gar keinen Damage mehr! Ich glaube, das mit dem Damage-Dealen war es jetzt! Naja, doch! Er macht sich noch... Ja, okay! 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 Ich werde... Säurisch! Okay! Aua! Okay! Ja, ich denke auch an dem Punkt machen wir jetzt mal wieder weiter, Freunde! Ja, ja, an dem Punkt... Nein! Ja, ich überlebe! Wichtig, wichtig, wichtig! Sehr gut! Durch den Bedroher! Oder die Fünf! Ich weiß nicht mehr! Keine Sorge! Ich werde jetzt hier ein bisschen Tempo reinbringen! Wieso greifst du denn mich an? Ich habe extra Tauros geweakened für dich, du! Winkend! Was? Bitte was? Was habe ich da gehört, Flo? Oh! 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 Ich habe doch Säurisch bei ihr eingesetzt einfach! Ja, aber ich habe... Ich glaube, der ist mit dem Leben genug bestraft, das Zero Lord! Ja, ich habe eigene Probleme, mein Zero Lord! Boah, das sieht so aus, als wäre... Als hätte so... Zero Lord... Dings... Äh... Ja! Du hast Fähigkeitstausch, ne? Ich habe immer noch Fähigkeitstausch, ja! Okay! Willst du Fähigkeitstausch drücken? Oh! 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 Ist schon strong! An mir seid's nicht scheitern! Nein! Das gibt's gar nicht, dass das per Zufall wirklich mal passiert! Nein! An dir scheitert's echt nicht, Dense! An mir, das ist sehr wortwörtlich! Du bist einfach nur da! Nein, mein Sieg noch! Ganz nett, Dense! Ja, danke, Mann! Aber ich habe jetzt noch mein Mächtiges! Dann triggern wir ihn doch nochmal! Weißt du, schön, was du mit alten Zeiten, Freunde! Oh, Gott! Ich kann das alles nicht mehr! Aber wisst ihr, was das Beste daran ist? Was? Ich bin geprept! Oh! Oh, shit! Jetzt geht's rund, Freunde! Oh, zittert! Zittert! Alter! Und nochmal... Geht wieder her! Geht wieder her! Wollt ihr mich verarscht? So! Ich habe noch nie so viel Bullshit mit Fähigkeitstausch gesehen! Und es ist kein Babyfuh mehr! Brrrr! Da stimmt, dass ich ganz großer Bursche geworden bin! Jetzt bin ich ein großer Bursche! Und bin ich im Ziel los! Ungefährlich, du! Ungefährlich! Ob ich die Fähigkeit wegnehmen kann und dann auch zum Superhelden? Ja, das wäre witzig! Das wäre witzig! Gedankenjut, Alter! Gedankenjut! Die Gedankenjut! Die Gedanken sind frei, frei! Öhm... 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 Oh, der Mist! Ey! Was für Surfer? Was? 69! Heim! 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 Äh... Da müssen wir Progress machen! Ich will noch andere Pokémon sehen! P-P-P-Progress! Leuchterich! Leuchterich! Ey, der sieht cool aus! I'm in danger! Der Leuchterich! Der hat was cooles! Was hast du eigentlich gerade für eine Fähigkeit, Bloggy? Der Leuchterich! Ich weiß das nicht! Giftdorn oder so! Ich will nicht! Komm her, Junge! Oh, das reicht nicht noch! Giftdorn klingt nicht so unwahrscheinlich! Junge, was denn für Düsenheb, du Hund? Giftdorn! Ha! 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 Warum gehst du denn nur auf mich? Wieso nur? Ich hab das jetzt in einzigen Kills hier gemacht aufm Feld! Ja, an mir! Nee! Doch! Also auch, ja! Junge, Dami-Plex stand da erst! Der war noch so jung! Äh... Ja, du hast doch der, der... Oh, meinst doch ein Taurus! Wow! Der Devil wird das reißen! Oh! Habe ich jetzt die Krone auf? Ja! Alter! Ja, nicht schlecht! Oh, Alter! Bedroher, ja! Hahaha! Ja! Junge, dieser Bedroher-Sperm mit Fähigkeitstausch zusammen ist schon strong! Na gut, dann... Joaah! Das war's dann, oder? Ich lass das Schicksal entscheiden! Dann lass mal das Schicksal entscheiden, I guess? Ja, ja! Ich möchte auch noch mal Terran! Ich hab noch nicht! Stimmt! 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 Mera, Alter! Terran! Und... Grass! Ich hab ne schöne Blume auf dem Korb! Oh, ja! Bin Döner! Ja, nicht nur eine, es sind fünf! Bestimmt! Ha! Naja, gut! Aber besonders eine ist sehr groß! Oh meinst du jetzt nicht! Hahaha! Das soll jetzt irgendwie nicht so gut funktionieren! Ey, Fähigkeiten aber heute stark! Da kann man nichts gegen sagen! Die Fähigkeiten sind on point! Terran, sie funktioniert! Siehst du da und dieses Schicksal hat entschieden und du hast kassiert! Ja, das ist okay! Komm schon! Ach du heilige Kacke! Gewinn das Speed-Time! Ich glaub du gewinnst es! Nein! Boah, ich glaube das war's jetzt mit euch allen! Ja! Als ob der Delfin es einfach reißt! Habt ihr alle keine Monsten mehr? Ja, wir haben alle keine Monsten mehr, glaub ich! Das war's! Ja, das war's! Ich hab gewonnen! Mama! Sei stolz auf mich, Mama! Oh, der Wahnsinn! Ich sage eigentlich ist der Best-Level-Base. Ja, bin ich ehrlich, eins der Best-Level-Base, die wir jeweils aufgenommen haben! Und das trotz ne Auswechslung im FFA! Ach du Scheiße! Das stimmt! Oh mein Gott, vielleicht sind es die Auswechslungen einfach! Oh mein Gott! Der hat uns einfach nur zurückgehalten, das ist es! Ja! Damals! Ja! Ja!